ASV-Tagesupdate. Hier erfahrt ihr alles rund um den HSV. Der bisherige U17-Trainer des HSV, Markus Rabenhorst, wechselt nach Rostock und wird dort Co-Trainer vom Ex-HSV-Spieler und Trainer Bernd Hollerbach. Unsere U17 wird ja wie schon länger bekannt von Dennis Baraznowski übernommen. Laut einem Artikel der MOPO könnte Dauda B. Lehme womöglich auch nochmal in der Vorbereitung bei Baumgart vorspielen. Der Stürmer hatte bisher einen sehr schweren Stand unter Trainer Steffen Baumgart. Es läuft aber höchstwahrscheinlich auf einen Abschied hinaus. Ob er nochmal ausgeliehen wird oder ob es einen festen Wechsel gibt, muss man abwarten. Laut dem Journalisten Sebastian Staszewski hat der HSV konkretes Interesse an Lawrence Ennali. Der 22-jährige Flügelspieler steht allerdings noch auf der Liste einiger anderer Vereine, wie zum Beispiel Lech Posen. In der vergangenen Saison kam er auf sieben Tore und zwei Torvorlagen. Gronik Zabre fordert jedoch 2,5 Millionen Euro für die Dienste des Deutschen. Ob der HSV bereit ist, die geforderte Summe zu zahlen, ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bekannt. Laut dem Nachrichtendienst KA News befindet sich aktuell der ehemalige Stammtorhüter Manuel Riemann beim HSV im Gespräch. Der 35-jährige Keeper stand in der letzten Saison in allen 34 Saisonspielen im Kasten, bevor er durch zwischenmenschlich entstandene Probleme vor den Relegationsspielen vom Verein suspendiert wurde. In diesen Spielen glänzte er durch Statistiken, in denen er sich in der Bundesliga, in der Top 5 einordnet. Diese Statistiken sind Paraden, abgewährte Bälle, angekommene Abwürfe und eine für einen Keeper sehr gute Passquote. Aufgrund seiner Vertragsauflösung wäre er ablösefrei zu haben. In welcher Rolle Riemann zum HSV kommen könnte, wie stark das Interesse des HSV ist oder wie weit eventuelle Gespräche fortgeschritten sind, ist aktuell noch unbekannt. Das waren die Neuigkeiten für heute bis bald und nur der HSV.